Hm. Gut, jetzt werden wir die Darsteller holen. Anscheinend haben wir die Musik auch schon. Die Musik ging jetzt doch etwas einfacher, als ich dachte. Aber hier hinten haben wir erstmal noch eine Erinnerung wieder in einer Muschel. Nein, falsche Taste. Erinnerung und raus. Nicht bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Nein, es war der Rauch, weißt du? Eines Tages bist du in der Familiengruft in Oxford wieder mit ihnen vereint. Hm. So, die Familiengruft in Oxford, mit der sind wir irgendwann wieder vereint. Aber erstmal nicht so schnell, denn wir sammeln ja unsere Zähne. Und ich sehe hier eine Grinsekatze. Zwei geschafft, eins noch bleibt. Die Austern sind wahrscheinlich die Stars der Show. Wenn man sie wach bekommt. Okay, wir müssen also Austern aufwecken. So, goldene Zähne rausholen und durch die nächste Tür hindurch. Hier geht es wieder einen unsichtbaren Weg nach oben. Und dort sehe ich doch schon wieder ein Spielchen mit einem Schneckenhaus. Hüte dich vor gleitenden Verfall, der sich in zerbrechliche Teile... Oh, wieder Schiffchen fahren. Ah, gut. Das heißt, wir müssen wieder überleben oder möglichst viele Punkte sammeln. Je nachdem, was die Aufgabe ist. Ich habe es beim letzten Mal irgendwie nicht so ganz verstanden, was hier so unsere tatsächliche Aufgabe ist. So, schön viele von diesen Haien zerlegen. Oh, hier wird der Weg jetzt gerade etwas eng. So, die Krabbe ist nicht hinüber. Doch, sie ist hinüber. Aber wenn wir zu dicht kommen, verlieren wir wohl auch Leben. Oh, jetzt haben wir ein Leben verloren. Das hier ist doch schon etwas schwieriger als die Fahrt da eben. So, die Haie haben wir zerstört, indem wir einfach jede Menge von den Minen zerstört haben. So. Da haben wir wieder kaputt. Und noch mehr. Oh, jetzt wird es... Ach, jetzt haben wir ein Leben verloren. So. Die Mine ist kaputt. Da haben wir wieder einen Ganztag mit einer Mine kaputt gemacht. Wow, wow, wow. Jetzt wird es aber hier doch etwas eng gerade. Und dann steht natürlich auch noch das Spiel. Ich habe keine Ahnung, warum das Spiel teilweise so Ruckler drin hat. So, die Krabbe schießen wir ab. Gut, da haben wir jetzt keine Chance mehr gehabt, lebend rauszukommen. Komm schon, wann ist dieser Weg hier zu Ende? Ich will mit möglichst vielen Leben hier noch rauskommen. So, das Heichchen schwimmt dort oben entlang. Und wir sind durch. So wie es aussieht. Oder kommt da jetzt noch mehr? Korrekt, Fräulein. Ja, wir haben es geschafft. Cool. Hoch, vorbeigelaufen an der roten Farbe. Und wir haben drei von vier angemalt. Wir haben gleich eine Rose rot gemalt. Und wo geht es denn jetzt hier zurück? Wo geht es zurück? Ah, einfach durchs Auge wieder. Die Abwehr der bedrohlichen Verfalls kann per Umlenken kaputt gemacht werden. Ja, das haben wir auch schon ein paar Mal gemacht. So, jetzt haben wir hier noch eine Blume, die uns zeigt, dass wir dort hoch... Achso, die sollen uns wahrscheinlich nur zeigen, dass man dort hochkommt. Okay. Wir gehen wieder zurück. Und sehen dort noch eine Blume mit einer Rose und jeder Menge Zähne. Oder was heißt jeder Menge? Wenigstens ein paar Zähne. Dort Blume und dort Tod. Wir entscheiden uns natürlich für den Tod. Monster tot. Ah, die Monster sterben. Also nicht wir. Ach, da habe ich doch schon wieder so eine Kanonenkrabbe gesehen. Hier gibt es eine Blume und Zähne. So, das haben wir jetzt einfach mal schnell getroffen. Schön daneben. Und wir rennen natürlich rein in die Krabbe. Na komm, schieß. Und schön getroffen. Und den ausgewichen. Und jetzt machen wir die erste Krabbe gleich futsch. Oh, das war ein Treffer. So, und jetzt hinüber die Krabbe. Genau, und jetzt gibt es ein paar Zähne vor uns. Und kümmern uns um die zweite von drei Krabben. So, ausgewichen. Na, komm. Super, eins getroffen, auch wenn wir den gar nicht treffen wollten. Schön getroffen. Und hin zur Krabbe. So, und jetzt gibt es was mit dem Hammer. Und sie ist kaputt. Und wir können uns um die letzte kümmern. Und wir haben wieder volle Rosen. Na komm schon, schieß. Einmal haben wir dich ja schon getroffen mit dem. Aber nicht mit dem Schwert, okay. Das heißt, wir müssen jetzt ja trotzdem noch zweimal wieder ran. So, die ist kaputt. Und Treffer. Und jetzt ist der Panzer gleich kaputt. Beziehungsweise die Kanone von ihm kaputt. Die jetzt können wir mit dem Hammer draufhauen. Und die Krabbe zerstören. Und sie droppt nochmal zwei Hosen. Und wir sind komplett voll im Leben. Ein schwebendes Bett. Du hast mich beim Träumen gestört. Ach so. Es geht wohl zur Show. Hm. Die Auster. War es das jetzt schon mit dem Musikstück? Haben wir es jetzt vollständig? Das ging ja dann fix. Also zumindest fixer als die Arme und Beine von dem Hutmacher zu sammeln. Aber wir wissen ja auch inzwischen schon, auf was wir uns überall einlassen. So, dort gibt es Zähne und eigentlich auch eine Blume. Aber diese finde ich jetzt nicht. Ne. Dort finde ich jetzt nichts weiter. Dort geht jetzt der Weg nach oben. Aber mehr sehe ich auch nicht. Okay. Das heißt, wir gehen den Weg nach oben und kehren wahrscheinlich jetzt schon zurück zur Bühne des Zimmermanns. Und gucken uns ein Spielchen an. Eine Aufführung vom Zimmermann. Mal gucken. Da lang ist Oktopus. Beziehungsweise. Ah, wir brauchen noch mehr Darsteller. Eine Auster reicht nicht. Wir brauchen mehr Austern. Der gute Zimmermann verspeist doch garantiert die Austern während der Show. Ich sehe es doch schon kommen. Okay. Hier sollen wir so in den Luftstrom hinein. Von dem Luftstrom aus gleiten wir auf die Sprungplatte. Von der wieder weiter zu dem nächsten Pilz. Und haben wir was ausgelassen? Okay, bisher nicht. Gut. Das heißt, hier hinüber. Und umgucken. Hat uns jemand hier einen Hinweis hinterlassen? Klar. Austern. Okay. Die Auster befindet sich anscheinend in dieser Richtung. So, schön hochspringen und rüber gleiten. Dort haben wir einen Luftstrom. Mit dem Luftstrom können wir... Ah, die Krabben auslassen. Oh, nein, nicht gut. Und einmal ins Nirvana. Das ging jetzt zu schnell. Da sind wir aus dem Luftstrom hinausgeglitten. So, hier rüber. Dann vorsichtig in den Luftstrom hinein schwimmen. Und hoffen, dass wir drin hängen bleiben. Genau. So, auf den Sprungpilz. Und hierüber auf den großen. So, da sehe ich doch noch ein paar Kisten. Die holen wir uns natürlich sofort. Drei Stück sogar in der Zahl. Wow. Schön die Zähne mitnehmen. Und wieder nach oben. Super. Im ersten Anlauf geklappt. Perfekt. Einmal hier rüber. Wow. Das hätte man doch auch schon gleich darüber geschafft, oder nicht? Auf jeden Fall sah es so aus. Als hätte man noch gleich hier rüber gekonnt. Ah. Dort haben wir noch einen versteckt. Da drüben. Oh. Jetzt wären wir fast als Kleine... Oder hätten versucht als Kleine zu springen. was natürlich nicht geht. Denn die Kleine Alice klebt am Boden fest. Die kann einfach nicht springen. So. Hindurch durch die Türen. Und auf zur nächsten Erinnerung. Oder? Nein. Hier geht einfach der Weg gerade weiter noch ein Stück. Doch. Hier haben wir die Erinnerung. Natürlich. Seltsam schon. Auch ungewöhnlich. Sogar außergewöhnlich. Aber fast nichts ist einzigartig alles. Eures war nicht das erste Backsteinhaus, das durch Feuer zerstört wurde. Hm. Okay. Unser Haus war nicht das erste Backsteinhaus, das durch Feuer zerstört wurde. Weil Backsteine können anscheinend auch brennen. Beziehungsweise... Ja. Wenn das Haus erstmal in Flammen steht und komplett ausbrennt, ist es ja auch zerstört. Von daher hat der gute Vater wahrscheinlich recht. Und da haben wir schon die nächste Auster. Die noch schwebt und schläft. Gut. Hier haben wir erstmal einen Glibber. Den töten wir schon quasi komplett bevor er da rauskommt. Na komm. Schieß schon. So, jetzt haben wir den schon mal zumindest erstmal umgekippt. So, dass wir uns um die beiden hier in Ruhe kümmern können. So, einmal haben wir es getroffen. Na komm schon, Schieß. So, jetzt haben wir ihn getroffen. Schön um die Ecke geschossen. Denn Alice ist ein Wunderschützer. Und eins, zwei und der Panzer ist hinüber. Perfekt. Jetzt haben wir da noch Zähne. Die hätte ich gerne noch gehabt, bevor wir die Auster haben. Aber, na gut, holen wir es halt danach. So, die Auster steht wieder auf. Wir brauchen noch den Star. Den Star. Den Star. Okay, jetzt haben wir die Austern und wir haben das Manuskript. Jetzt fehlt noch der Star. Wie auch immer der Star ist oder sein wird. Aber das erfahren wir sicherlich gleich. So, können wir ihn uns in ihr Bett legen. Ah, wir können uns sogar zumindest auf ihr Bett setzen. Wirklich reinlegen können wir uns natürlich nicht. Und wir sind, sind wir auf dem Weg zum nächsten. Da lang haben wir einen Würfel mit einer weiteren Auster. Ähm, ach ne, wir spielen jetzt hier Puzzeln anscheinend. Hilf mir, Alice. Dieses Showplakat, es ist ruiniert. Wenn ich es nicht wieder hinkriege, macht mich der Zimmermann zum Muschelkalk. Oh, das wollen wir natürlich nicht. Ah, wir sollen also die Teile an ihre Position bringen. Dort hätten wir noch einen Teil. Hm. Okay. Und jetzt verschwinden die Teile, oder wie? Sammel die vier Blöcke in der Umgebung ein, um das Puzzle zu starten. Schiebe die Puzzleteile so auf dem Spielbrett, dass es ein Bild ergibt. Das musst du allerdings mit einer begrenzten Zahl von Zügen schaffen. Nämlich fünf. Die Ordnung der Dinge ist mir oft ein Rätsel. Dir auch. Ja, mir auch. So, das heißt, hier hätten wir schon mal das erste Teil. Gut, einsammeln tun wir jetzt also ganz einfach. Ich brauche den Kackert jetzt. So, da passen wir nicht durch anscheinend. Auch merkwürdig. Aber okay. So, gucken wir mal hier um die Ecke. Hier wird wahrscheinlich das zweite Puzzleteil irgendwo rumliegen. Was besser bewacht ist, natürlich. Okay. Komm, schieß auf uns, du Krabbe. Ey, nicht in den Nahkampf gehen. Okay, gut, dann lassen wir die Krabbe einfach aus. Denn die Krabbe will uns quasi immer in den Nahkampf zwingen. Boah, was ist denn das hier für eine Fischarmee? So, Fisch Nummer eins ist hinüber. Oh, noch zwei, noch drei. Wow. So, der ist tot. Huch, da standen wir falsch. So, und jetzt holen wir uns den letzten Fisch auch noch aus dem Boden hinaus. Der verschwindet nochmal. Ja, mach mal. Vielen Dank.